Seid gegrüßt meine Lieben. Heute informiere ich euch über das keltische Baumhoroskop, die Haselnuss. Und diese steht unter dem Begriff das Außergewöhnliche. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 22. bis 31. März und vom 24. September bis 3. Oktober. Die Kelten nannten die Haselnuss Koll. Auch dieser Baum galt als heilig und war als Wunschbaum in Ritualen zuständig, wo man sich mit der Ahnenwelt verbannt. Alles Negative zauberte man in die Haselnusszweige, die man dann verbrannte, um eine reine Atmosphäre zu bekommen. Die im Zeichen der Haselnussgeborenen sind unauffällige Zeitgenossen. Sie nehmen Einfluss auf ihre Umgebung aus der hinteren Reihe. Ihre Ziele erreichen sie mit der genügenden Enthaltsamkeit und ihrem Charme. Haselnussmenschen lassen sich von niemandem Ziele vorgeben. Diese setzen sie sich selbst. Sie haben die Fähigkeit zu beeindrucken und haben ein ausgeprägtes Intellekt, Intuition und ein gutes Urteilsvermögen. Dieser Menschenschlag ist in der Liebe tolerant und ehrlich, gegebenenfalls aber auch launisch. Haselnussgeborene sind sehr verständnisvoll, sofern dies nötig ist. Man weckt in ihnen Menschlichkeit, Mitgefühl und Kampfeswillen. Und zwar dort, wo schwächere Hilfe benötigen. Dann erfahren sie Anerkennung. Und genau das, das mögen sie. Allerdings haben sie es auch nicht leicht im Leben. Trotzdem ist es ein abwechslungsreiches und interessantes Leben für sie. Ein Partner an ihrer Seite muss, wenn er glücklich werden will, sich darüber im Klaren sein, dass normale Maßstäbe hier nicht erreicht werden. Als nächstes geht es weiter mit dem Olivenbaum. Auch Ölbaum genannt. Also, bis zum nächsten Video. Eure Deria Benutzt Vielen Dank.